Also mein erstes Werk war eine Zeichnung von Sollevit. Jetzt wird man sich fragen, wie kann man, wenn man zum Sammeln beginnt, mit einem Sollevit beginnen. Und dazu muss ich eine Anekdote erzählen. Als ich ein kleines Kind war, hat mir ein Rabbiner mal folgendes erzählt. Und hat mir gesagt, hör zu, Architekten bauen Brücken, Ärzte operieren und Generäle führen Kriege. Das heißt, wenn du etwas erreichen willst, umgib dich gleich mit den Besten, dann wirst du es an die Spitze schaffen. Und so habe ich das auch gleich bei der Kunstsammlung gemacht. Das heißt, ich habe nicht selber begonnen, Kunst zu sammeln, sondern mit Hilfe eines Kurators, der mich berät. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich in so kurzer Zeit eine so großartige Sammlung aufbauen konnte. Was ist das? Was hat das? Untertitelung des ZDF, 2020